So, hallo, schönen guten Morgen, herzlich willkommen zurück auf meinen YouTube-Channel. Heute ein spontaner Flug von München nach Rodos. Heute war eigentlich was anderes geplant, hätte auch mit Fliegen zu tun gehabt, ist aber ausgefallen wegen dem schlechten Wetter bei uns, weil es regnet. Hier in München regnet es auch, hoffentlich sieht es an der Scheibe, wobei ich mir das sagen muss, die Regengrafik hier ist nicht die beste, in der Boeing ist es besser. Da nutzt die Maschine das sogenannte Librain-Effekt. Sollte der Airbus hier eigentlich auch tun, aber mit dem Vulcan L50 Version funktioniert leider Gottes irgendwas nicht. Ja, wir sitzen im Cockpit vom A321, die Alpha Tango Charlie Foxtrot von der Condor. Mal wieder einen Flug für die Condor-Fahrer machen. Ich bin online connected. Das Navigationssystem ist hochgefahren, das IRS. Kurs haben wir über Company Route, beziehungsweise die Route haben wir über Company Route bekommen. Wir müssen jetzt noch die Departure und Arrival eingeben. Mein Briefing habe ich mir wie immer über SIM-Brief geholt. Da habe ich auch meine Route. Wir gehen heute raus aus der 26 rechts in München. Haben die Rotax 3 November Departure Route. Na, wo ist sie? Da. Okay, da müssen wir noch den Pushback ändern. Aber kriegen wir hin. Die Arrival ist die Codec 2 Juliet auf 2.4. So, dann haben wir das drin. Schauen wir kurz nach Unterbrechungen. Ist keine drin. Perfekt. Dann geben wir unsere Take-Off-Daten ein. Wir starten wieder mit OnePlus F. Heute gibt er uns einen Flex-Temp vor. Das heißt, wir starten mit niedrigerer Triebwerksdrehzahl. Sparsamer. Dann gehen wir auf Performance. Tippen das ein. V1 161. VR auch 161. Wobei hier VR nicht Virtual Reality bedeutet, sondern Geschwindigkeit, wo man rotiert, also wo man abhebt. 1,6,3. Und V2 habe ich glaube ich schon mal erklärt, ist die Steiggeschwindigkeit. So, dann gehen wir Flaps 1 Down 0,3 drin. und Flex-Temp ist 3,8. Wir haben einen Step-Climb. Wir gehen erst auf Flight Level 3,3,0 und dann auf 3,5,0. Damit haben wir das abgeschlossen. Jetzt müssen wir den Pushback noch mal kurz umswitchen. Da wird er wahrscheinlich wieder irgendeinen Scheiß bauen, schätze ich. Aber wir werden sehen. So, wieder ausrichten. Starten wollten wir um Viertel nach neun. Das ist 3 nach neun, also 7,3 UTC. Kennt ihr ja schon von mir. So, da haben wir unsere Performance-Daten eingegeben. Datum. Jawohl, 2. Mai 2. Watt. Oh, cool. Das sehe ich jetzt auch das erste Mal. Wieso passt dir das Datum nicht mehr? Okay, da muss ich mich mal damit befassen. Ähm, so, dann starten wir mal die APU. Mal die Catering-Fahrzeuge wegfahren. die hintere Treppe kann man wegfahren. Crew-Bus brauchen wir nicht mehr. Dann machen wir hier zu. Apu ist da. Lead ein, External-Bauer weg. Dann machen wir die anderen auch mal weg. so, so, Kubisse zu. Hm. Dann brauchen wir das nicht mehr. so, Pushback haben wir gesagt, haben wir geändert ATC ist momentan nichts online muss aber gleich nochmal schauen haben wir irgendwas vergessen letzten zweimal Boeing geflogen ne, haben wir nichts vergessen Probe Window Heat nochmal ein Seed Belt Signs on Beacon on ja, dann schauen wir nochmal ob jemand online ist ist nicht dann bestellen wir einen Pusher ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe das geht über meine Kopfhörer der sagt natürlich auch was aber könnte ich auch aufnehmen aber ist ein Schmarrn so, dann haben wir das die Kass haben wir App Jubilee das an ok, soweit geplante Flugzeit ist 2 Stunden 32 Distanz haben wir heute 1065 nautische Meilen jetzt lassen wir uns erst mal rauspushen gut, pushback Fahrer sagt, er verbindet den Truck jetzt gehen wir hoch ich weiß nicht weiß nicht weiß nicht, ob man das sieht auf dem Video so, Schlepper verbunden Bypass bin gesetzt Parkbremse dürfen wir lösen dann machen wir das auch und los geht's mal gucken, ob wir das noch naja, das werden wir dann noch brauchen achso, wir müssen ja mal gucken mal gucken, wo wir den Step überhaupt drin haben das habe ich vorhin nur gesehen hm Hmm. Okay, muss ich dann noch mal in den Plan gucken. So, starten wir mal die Triebwerke. Und dann legen wir los mit Triebwerk 2. Der Pusher pusht uns wieder kreuz und quer. Aber das bin ich mittlerweile gewohnt. So, Triebwerk 2 stabilisiert. Korrektur Engines, wo natürlich dann Starting Number One. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das sieht aus. APU aus. Pushvorgang abgeschlossen. Parkbremse setzen, machen wir. Dann Auto-Brake, take off max. Es regnet schon ganz schön. Ach, da startet einer. So, hier kann man einen Moment Pushback trennen lassen. Dann down 0,3 Trimmung. Schlepper entfernt, Bypass bin gezogen, Freizeichen rechts. Dann checken wir noch die Flight Controls. Full left, full right und neutral. Full up, full down und neutral. Dann Ruder, full left, full right und neutral. So, dann sind wir rollbereit. Taxi lights, runway turn off. Parkbremse lösen. Und losrollen. Und losrollen. Und losrollen. Und losrollen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da rüber kommen. Weil da ist Baustelle momentan. Und losrollen. Und losrollen. Und losrollen. Genau. Und losrollen. Und losrollen. Inhou脱otta. Jetzt müssen wir, da ist Ahrenso. Und losrollen. Und wir müssen uns loessisch machen. ein bisschen Gas wegnehmen, wir sind ein wenig schnell ein bisschen bremsen ach gut, ja eben, der steuert ja die sag mal, was ist denn heute los? ist der jetzt doch nicht hier? der Hebel ist das, hier ist meine VR-Grenze so, jetzt ok Scheibenmischer ist natürlich ein bisschen nervig, aber das sollte sich nach dem Start gleich erledigt haben falls wir heute Radarlotsen haben, hoffe ich, dass mein Kommunikationstool funktioniert ich mag eigentlich auch gleich mal was gucken ja, schauen wir mal, ob das heute was wird ich meine, heute ist Sonntag, da ist bestimmt wieder jemand online ich meine, heute ist ein bisschen ja, jetzt schon 9.19 Uhr, aber gut, das holen wir wieder rein was ich beim Airbus hier immer wieder geil finde, ist jetzt haben wir hier regnerisches Wetter voll bedeckt und trotzdem 40 Frames stabil das schafft nicht jeder Addon-Hersteller gerade der Teuerste schafft es überhaupt nicht deswegen kann ich auch kein Airbus A320 fliegen weil erstens ist es ein übelster Framefresser von Flight Factor heißen die und zweitens ist der nicht VR kompatibel zumindest hier bei mir nicht obwohl sie es sich auf die Fahnen schreiben, aber die Steuerung in dem VR kann sie vergessen so, jetzt sind wir gleich da mal von außen gucken regnerisch so, 26 rechts wir nehmen mal den nächsten Alpha 4 der reicht uns eigentlich so, da sieht man nichts im Anflug links ist auch frei dann rollen wir auf so, was ist er denn jetzt? aha, ok muss man auch nicht verstehen so, Packs off und dann take off ja der sagt jetzt bremsen heiß aber wahrscheinlich ein bisschen zu stark gebremst aber das sollten wir das sollten wir sollten wir das sollten wir noch hinkriegen fahren wir das Fahrwerk ein bisschen später ein so, wir haben jetzt positive climb wir würden jetzt das Fahrwerk eigentlich einfahren wir lassen das aber nur ein wenig hausen wie gesagt das geht altimeter WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Das ist das linke Hauptfahrwerk, was ein bisschen warm geworden ist Wir haben keinen ADC, jetzt gehen wir gleich mal auf 33.000 Fuß GmbH im Auftrag des WDR 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 Weinsauberer GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Kostet jetzt natürlich ein bisschen mehr Sprit, ist klar, weil er mehr Luftwiderstand hat. Außentemperatur von 4 Grad. So, jetzt sollten wir langsam rauskommen aus den Wolken. So, jetzt sollten wir langsam rauskommen aus den Wolken. So, jetzt sollten wir langsam rauskommen aus den Wolken. So, jetzt fahren wir mal das Fahrwerk ein. Jetzt wird es auch ruhiger. Und der geht wieder rauf. Ich weiß nicht, ich bin der Meinung, das ist ein Bug. Aber... Gut. Tja. Gucken wir mal weiter beobachten auf jeden Fall. So. So. Ne, der geht wieder rauf. So, jetzt sind wir fast raus aus den Wolken. Das sieht man heute nichts. Jetzt geht er schon wieder auf 200 Grad. Dann greife ich ehrlich gesagt nicht. ... So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann kann man abschnallen lassen Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt könnte ich nochmal ATC gucken Untertitelung des ZDF, 2020 So, gucken wir mal bei PortDop, müssen wir jetzt steigen Das ist in knapp einer Stunde 250 Grad hat er schon wieder Und ich weiß nicht wieso Das scheint nicht mehr zu steigen Ne, scheint nicht mehr zu steigen Gut Jetzt sind wir schon Höhe Salzburg, aber wir sehen heute nichts Das wird wahrscheinlich auch so bleiben Zumindest wahrscheinlich bis wir beim Mittelmeer sind So, dann schauen wir mal Kurz vor Mittag sind wir da Mit 6,2 Tonnen noch Treibstoff an Bord Jetzt sind wir schon über Sarajevo Also seht ihr hier auf der Karte Wir sind jetzt knapp 4 Minuten vor dem nächsten Navigationspunkt Portop Mit dem wir auf Flight Level 3,50 steigen müssen Das kann man hier schon mal eindrehen Ja, ja Jetzt können wir mal ein bisschen vorsichtig sein im VR Ich habe mal gelesen, es geht auch nicht besser zu machen Mit dem Ja, hier haben wir das Problem Beim Autopilot Panel Das hier ist Ja, hier natürlich beim Q&H Also beim Luftdruck auch Airbus hat ja Knöpfe, die kann man rausziehen Und reindrücken Und drehen Und diese drei Funktionen Beziehungsweise Hier, der hat sogar vier Funktionen Weil hier hinten kann ich noch Das Schwarze drehen Da kann ich dann auswählen Ob ich in Hunderter Schritten Oder in Tausender Schritten Die Höhe eindrehen will Jetzt ist das halt ein bisschen tricky Weil es geht schlecht Besser zu machen Wenn ich jetzt hier auswähle Direkt In der Mitte dann drücke ich Mit dem Grünen Strahl muss ich dann am Rand Dann kann ich dann drehen Nach rechts oder links Und wenn ich hier am unteren bin Dann ziehe ich eine raus Also Das ist schon ein bisschen blöd gemacht Aber es geht halt nicht anders Habe ich mal gelesen Ja Achso, jetzt kann ich wieder was erklären Wenn die Knöpfe Hier von Das ist der Geschwindigkeitsregler Das ist der Headingregler Den braucht man dann Wenn man Radarvektoren bekommt Vom ATC Also Da gibt man dann hier die Grad ein Von Ja Von der Kompassrose Was weiß ich Wenn er jetzt sagt Sind wir gerade Auf Ja Heading Durch den Seitenwind Den wir jetzt haben Wir fliegen eigentlich Heading 130 Also 130 Grad Und sind jetzt auch Ein bisschen mehr Wie 140 Jetzt wenn der sagt Was weiß ich Right heading 160 Dann zieht man den Knopf Zu sich hin Und dreht dann Dann kommen auch die Zahlen Hier oben Dann ist der Punkt weg Und dann dreht man das ein Prinzipiell kann man sagen Das heißt kann man sagen Es ist so Wenn man den Knopf rein drückt Ist der Autopilot Im sogenannten Managed Mode Und wenn man Raus zieht Ist er eben Ja Ich würde jetzt nichts falsch sagen Aber jedenfalls Wenn man den Knopf raus zieht Dann hat man Dann kontrolliert man den Autopilot direkt Und wenn man rein drückt Dann macht das Die Maschine selbstständig Als der Autopilot Alles was hier In der Main Control Data Unit Eingegeben ist Jetzt habe ich mich wieder ertappt Managed Mode Und Ich glaube Direct Mode Doch Direct Mode Müsste es sein Ähm Wenn man Den raus zieht Aber jetzt ohne Gewährleistung So Wir sind an Hotop Zwei Meilen Das heißt wir drücken Den Knopf rein Jetzt geht er hier in Climb Und hier sehen wir da Rechts Geht er jetzt langsam hoch Und steigt noch seine zweite Tausend Fuß Hier haben wir wieder das Häkchen Das heißt Hier sind es 40 Meilen 20 Meilen Heißt wir überwinden jetzt 2000 Fuß mehr Höhe In circa 20 Meilen Ja Jetzt haben wir auch Da wir über den Punkt flogen sind Ein bisschen gedreht Oder ein bisschen kurz korrigiert Ihr seht Ihr seht Wir sollten fliegen auf Ja Circa 136 Grad Und fliegen Gerade auf Ja ich würde sagen Ich würde sagen 147 Grad Hier ist der Standby Kompass Gut ist jetzt im VR Ein bisschen blöd Hinzuschauen Ist auch verschwommen Den braucht man eigentlich So gut wie gar nicht Also in der Standard Fliegerei Wenn natürlich Systemausfall ist Und hier die Instrumente Ausfallen würden Dann hatten wir hier den Kompass Für die Richtung Hier das ist ein Oh war die Schreibtischkante Hier das ist ein Standby Künstlicher Horizont Das heißt der würde dann Mit Notstrom versorgt werden Wenn Systemausfall ist Also es ist Sowas passiert Bei doppeltem Triebwerkausfall Wenn jemandem was sagt Den Gimli Glider Die 767 Die in den 80er Jahren Der Treibstoff ausgegangen ist Das sind hier sozusagen Die Reserve Ja die Backup Instrumente Wenn hier die Bildschirme Dunkel werden würden Passiert aber wie gesagt Nur wenn man keine Stromversorgung Mehr hat Also keinen Sprit mehr hat Man sagt ja Bei Triebwerkausfall Kann man Ne Ich meine sogar Das steht in der Notfallcheckliste Startet man die APU Dass man quasi Noch ein Backup System hat Wenn das zweite Triebwerk ausfällt Aus irgendeinem Grund Doppelter Vogelschlacht Das gibt es Ja Hudson River Wer das kennt Kann man dann noch die APU benutzen Dass man hier sei Elektronik und Hydraulik Auch am Laufen hält Sollte alles ausfallen Wie bei diesen Gimli Glider Dann hat man noch Die Ram Air Turbine Und Muss jetzt aber auch sagen Ich weiß nicht mal Ob die in dem Flugzeug hier Simuliert ist Weiß ich nicht Ram Air Turbine Und die Emergency Generator Ja gut Wie gesagt Ich weiß es nicht Ich hatte den Fall noch nicht Ram Air Turbine ist so Da Klappt dann Unten am Bauch Am Rumpf Vom Flieger Von der Maschine So Wie so ein Dynamo Vom Fahrrad Müsst ihr euch das vorstellen Aus Der halt ein Probeller Vorne dran hat Das heißt also Durch den Durch den Ja Ich nenne es jetzt mal Fahrtwind Wird der Probeller angetrieben Und das ist dann Sozusagen wie ein Dynamo Beim Fahrrad Und der versorgt Die wichtigsten Systeme Mit Strom War auch so Bei dieser 767 Ja Und Ja Wie gesagt Also das ist ein Notfallsystem Ich weiß nicht Ob es der hier Simuliert hat In der Realität Hat es der Airbus Das weiß ich Hat Eigentlich Jeder Passagierflieger Jeder Moderne Und so würde das dann laufen Ja Mal ein bisschen Ausflug Jetzt zu Autopilot Und Notfallsysteme Im Allgemeinen Ähm Wenn der Airbus normal funktioniert Kann man auch mit dem Kann Unfug treiben Sage ich jetzt mal so Heißt also Wenn alle Systeme Normal funktionieren Und ich würde jetzt hier Den Autopilot ausmachen Was ja gehen würde Wenn ich jetzt hier reingreife Und Steuereingaben mache Geht der Autopilot aus Bis zu einem gewissen Grad So Und wenn ich jetzt hier Einen Sturzflug Einen richtigen Sturzflug Machen wollte Und die Systeme Funktionieren alles Ganz normal Das würde Beim Airbus Gar nicht funktionieren Der würde dann Ab einem gewissen Grad Nase nach unten Würde er automatisch Egal was man hier Macht und tut Würde er die Nase Wieder heben Dasselbe gilt Fürs Überziehen Also dass man Im Stallbereich Im Strömungsabriss kommt Das geht Bei normal Funktionierender Maschine Auch nicht Weil Da drückt er dann Auch die Nase runter Und geht dann In Toga-Mode Also im Vollgas-Modus Dasselbe auch mit Links und rechts Man kann Also quasi Sozusagen Gar keine Rolle Wir kampfen schon Mit dem Airbus fliegen Wenn er normal Intakt ist Egal was der Pilot Hier eingibt Da gibt es Natürlich auch Noch ein bisschen Andere Sicherheitssysteme Habe es mal gelesen Weiß natürlich Auch nicht alles Aus dem Kopf Aber Ich habe jetzt Gestern Eine Ja Facebook Was entdeckt Gibt es Einen richtigen Piloten Der Auf YouTube So eine Art Flugschule Anbietet Das werde ich mir jetzt Mal reinziehen Ist sehr umfangreich Sehr komplex Aber Aus erster Hand Und Hab gestern schon mal Ein bisschen reingeschnuppert Damit werde ich dann mal Mein Wissen erweitern Also der hat Der ist Boeing geflogen 737 300 700 Und Ist dann auf Airbus A319 2021 Umgestiegen Und Ja Wäre natürlich Perfekt Der weiß natürlich Einiges Alles Und Schaut recht fundiert Und interessant Aus auf jeden Fall Ja Schauen wir noch mal Auf unseren Fahrwerk Ja Es wird runter Auf 210 Grad Wie gesagt Ich bin der Meinung Das ist ein Bug Also ein Fehler Vom Eddon Aber Kann mich natürlich auch Irren Aber das mit dem Datum Das wurmt mich Wir haben noch mal 2.05.21 Und der zeigt Hier 20 An Das ist mir noch nie Aufgefallen Muss ich mir mal Zu Gemüte führen Was da los ist Ja also wie gesagt Wir haben jetzt noch Circa eineinhalb Stunden Jetzt sind wir gleich Bei Medux Ja Gehen wir nach links weg Muss wir rauszoomen Jetzt sind wir eigentlich Schon fast in Griechenland Fast Wie ihr auf der Karre seht Und wie gesagt Unser Ziel Rodos ATC Haben wir leider Immer noch nichts online Mal so Nebenbei Ich habe ja für Deutschland Die Szenerien Die sogenannten Orthos Jetzt wenn wir hier Rausschauen Für Griechenland Hier habe ich natürlich Nichts Das sind die Original Bodentexturen Vom X-Plane Schaut jetzt aus der Luft Nicht so schlecht aus Aber aus der Nähe Ist es eigentlich Katastrophe Aber Man kann sich nicht Diese Orthos da Was ich habe Kann man sich nicht Also kann man schon Von der ganzen Welt Aber das ist erstens mal Eine Sauarbeit Und zweitens Habe ich da glaube ich Beim besten Willen Keinsterweise Die Speicherkapazität Auf dem Rechner Dann würde ich sagen Geht es dann weiter Beim nächsten Nennenswerten Event Oder ATC Kontakt So Jetzt sind wir gleich Über der Egeis Vorne ist schon Das Meer Wir haben noch Knapp 400 Meilen Und sind In 53 Minuten Wenn alles klappt Da Jetzt checken wir Noch mal alles durch Fuelflow Passt Öldruck Passt Temperatur Kabine Kabinenhöhe Passt Dann Klingt gut aus Dann schauen wir Noch mal Fahrwerk Auf 190 Grad Runter Gekühlt Ne Gekühlt Kann man nicht sagen Aber gut Sollte kein Problem Mehr sein Kühlt dann gar ab Wenn es wieder raus ist Genauso ist es Sonsten auch Weiterhin Kein ATC Ein bisschen Verkehr in der Luft Aber ansonsten Gibt es nichts weiter Jetzt drehen wir Leicht nach links Wie gesagt Alles Standards Szenerie Schaut jetzt nicht so Toll aus Wie Was ich für Deutschland habe Aber Skia Äh Skia Das ist Rodos Ist dann Ein Add-on Flughafen Da müsste Ein bisschen Gesser ausschauen Aber das Werden wir Dann sehen Jo Können wir uns Schon mal Vorbereiten Checken wir Noch mal Das Wetter Ah herrlich Schön wär's 27 Grad Fast 5 Still Ähm Lass mal mal gucken Entschuldigung Ja da lassen wir Auf jeden Fall Die 2,4 Ähm Schauen wir mal den Kurs ab Top of Descent Runder Links weg Gut Das ist soweit Gut Gut Wetter müssen passen Ansonsten schaut alles gut aus Gut Top of Descent ist um 11.27 Also hier 9.27 In knapp einer Halben Stunde Alles klar Sooo Kleines Wetterupdate Geben wir schon mal Die Destination Datas ein Wir haben 28 Grad Auf Rotos Q&H 10.14 Luftdruck Äh Wind immer noch Aus 0 Mit 3 Knoten Ähm Sind jetzt Kurz vorm Top of Descent Jetzt müssen wir Noch mal In die Charts Gucken Die Destination Ich habe vorhin gesagt, wir haben die Kodi 2 Juliet Arrival Route Kodik 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 Na Kodik 2 Juliet Alles klar So So Transition Altitude, 6000 Fuß Wir landen mit Flaps full Gut, so weit, so gut Sind wir gleich am Top of Descent So, dann brauchen wir noch Hier kommen wir Kodik Kodik müssen wir mal gucken Die fliegen wir auf jeden Fall an Delta 287 Kodik Kodik 2 Juliet Gut, dann Gehen wir zurück Und auf Na, auf Approach Dann haben wir Wollen wir nochmal gucken Yankee 2,4 Yankee Das wären die hier Jawohl Mist Approach Das heißt, wir fliegen da an Drehen dann rum Genau, und gehen dann so rein Das ist 110,3 Das müssen wir dann überprüfen Das passt Dann schauen wir uns mal die Airport Chart an Ist überschaubar Kommen wir hier rein, auf der 2,4 Wo sind dann hinten Na, nee, gehen wir raus, auf jeden Fall Okay Gut Ähm Jetzt haben wir den Top of Descent verpasst Aber nur knapp Macht nichts, gehen wir runter Die Seed Belt Signs wieder an Ja, gehen wir ein bisschen steiler runter, aber das schaffen wir noch War jetzt bloß ganz knapp verpasst So, Autobrake Nehmen wir Low Sollte reichen, trockene Bahn Schauen wir nochmal was für unser Fahrwerk macht Ach Okay Mal ein bisschen Bremsen müssen wir Das wäre mal zu schnell Bis der Punkt hier wieder Auf den Strich kommt Dann sind wir im Sinkpfad, sag ich jetzt mal Das sollte jetzt sein Ja Ja Seht ihr auch, gehen wir hier Mit ein bisschen rauf 2.600 Fuß Das ist der, ähm Die fuß die Minute, die wir sinken Dann brauchen wir es nachher So Ja, von der Strecke her ist das ungefähr so Fast so wie Deutschland-Mallorca Machen wir mal was anderes Machen wir mal was anderes Wir werden auch heute noch zurückfliegen Nur ich mach das nicht wie das letzte Mal Dass ich das Video unterbreche und das zusammen mache Ähm, ich hab rausgefunden, dass ich mit meinem Videobearbeitungsprogramm Das trotzdem anfügen kann Schauen wir mal, wie ich das hinkriege Ist ja alles noch ein bisschen Neuland für mich Aber ich denke das letzte Video, das hat schon auch mit Schneiden recht gut geklappt Hab recht viel rausgeschnitten Weil ich ja diese Probleme hatte mit dem, äh, Online-Traffic, äh, Online-Tool Dass ich einfach keine, ähm, keine Voice-Verbindung herbekommen habe Also, ja, ich hab dann auch mal Hab dann gesehen, dass es ein neues Update gibt für die Software Weiß nicht, ob man dann, also ich geh mal davon aus, Sonntagabends Rückflug oder so Da werden wir wahrscheinlich ATC online haben, können wir das mal austesten Wenn nicht, müssen wir halt wieder schreiben, Gott bewahre Ein bisschen runter auf 2.000 Fuß Ein bisschen runter auf 2.000 Fuß Machen wir mal ein bisschen runter Äh, ja So Mal wieder ein bisschen reinzoomen Hier müssen wir hin Ungefähr Hier ist Kos, wenn es jemand kennt Ja, das ist hier vorne die Insel Wie gesagt, das ist halt alles Standards-Szenerie Ich muss mal gucken, für griechischen Inseln gibt es auf jeden Fall auch irgendwas Oder ich mach das mal einzeln Ich bin ja hier immer nicht so oft runtergeflogen Weiß auch nicht wieso Naja, Mallorca ist halt einfacher für mich, ne Die, die mich kennen, lachen jetzt bestimmt Immer dasselbe Also ein paar Freunde von mir sagen Es wäre mir zu langweilig, es ist immer das Gleiche Äh, ich kann euch sagen, es ist nicht immer das Gleiche Ich bin 100 Mal An selben Flughafen fliegt, dieselbe Strecke Habe ich 100 Mal ein anderes Wetter Sommer meistens besser, Winter meistens schlechter Dann hat man mal Seitenwindlandung Das ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller Das macht man nicht so oft Zumindest nicht, wenn man dann mit der Hand landet Also selber fliegt so wie ich Für mich ist das eigentlich nie langweilig Natürlich, im Reiseflug passiert nicht viel Ne, das ist klar Da wenn man nicht mal was außer der Takt hat Wie jetzt hier mit dem Fahrwerk Aber wie gesagt Muss ein Bug sein Weiß es nicht, da wenn man nicht mal was außer Takt hat Dann ist es natürlich die langweiligste Phase vom Flug Ähm, wenn man so will Das stimmt schon, ne Aber, man ist ja auch, sagen wir Die realen Piloten, die sind ja auch nicht umsonst Da vorne auch während dem Flug Man ist halt da, man schaut ab und zu mal rein Also auch wenn ich das ganze Video nicht übertrage Das wäre wirklich, also wahrscheinlich als Video zu langweilig Aber auch wenn ich nicht aufnehme Ich schaue öfters mal ran Als erstes schaue ich mal ran, ist ATC da Also Radarlotse Ähm, dann schaue ich wo bin ich Also ich setze dann auch die Brille auf Schaue wo ich bin Schaue ob irgendwann etwas Außergewöhnliches ist, ob der Treibstoff noch passt Hier jetzt haben wir aktuell 6,7 Tonnen Ähm, wenn wir ankommen Haben wir noch 6,5 Man sollte immer ein bisschen Reserve mit haben Wobei, äh, ich glaube 6,5 ist auch ein bisschen zu viel Aber, das habe ich ja schon mal gesagt Wenn ich online fliege, nehme ich eigentlich immer ein bisschen mehr mit Weil man weiß nie, was man irgendwie hat Soll man mal Holding fliegen oder wie auch immer Ja, oh Deswegen soweit Jetzt haben wir es doch noch 25 Minuten Aber naja Interessant finde ich heute nach dem Regen Die Schlieren, was die Scheibenmischer hier hinterlassen haben Sieht man immer noch Aber, naja Ich hoffe irgendwann mal, dass dieses Live Rain Hier drin in den Airbus funktioniert Was ich euch vorhin erzählt habe Das hat wirklich saugeile Regeneffekte Also da meint man dann schon, dass es, äh, ja echt In Anführungsstrichen natürlich Ja, da unten wäre der Flughafen von Koss Da haben wir mal Schiffsverkehr auch vereinzelt Ja, hier unten schon Kleinen weißen Punkt Ne, immer wieder schön VR Also, auch jetzt hier mit der Standards-Szenerie Und man sieht es, schaut jetzt nicht so toll aus Aber so die Wolkentexturen Der Nebel oder All das Verschwommen in der Fahne Auch jetzt in München, wo wir gestartet sind Total bewölkt Es ruckelt nicht Es läuft, also Ich finde es schon echt klasse gemacht So, da vorne Die große Insel Ist jetzt Rhodos Taucht langsam aus dem Dunst auf Da müssen wir hin, wie gesagt Ach Gott, das Tonleid haben wir nicht mal ausgemacht Ah ja, fällt der Tagsüber gar nicht so auf Hm Ich vergesse immer Den Tilt vom Ähm Tickers Vernünftig einzustellen, oder wie es gehört Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich vorhin beim Start nach unten gestellt habe Eigentlich müsste es nach oben Naja Aber ich sage immer, ich bin auch nicht frei von Fehlern Es ist nur mein Hobby Und ich weiß auch nicht alles Ab und zu vergisst man mal was Aber so ist es halt Mal gucken Mal gucken Sehen wir uns schon auf die Anflugkarte Oder auf die Anflugkarte Ne, noch nicht Mal gucken Mal gucken Mal gucken Mal gucken Mal gucken Habt ihr auch hier Flieger drin Also So wie auf der Map Ja, das ist schon die letzten Male bestimmt gesehen Mal gucken Auch das rote Flieger Symbol So 11.700 Fuß So 11.700 Fuß So, ILS hat er, 110,3 Können wir nochmal vergleichen 110,3, jawohl Wäre auch hier, das passt Können wir nochmal runter mit dem Zoom So, wir bremsen 10.000 Fuss gleich unter Schritten Ja, jetzt hat es mal kurz geruckelt Aber gut, daran habe ich mich auch schon gewöhnt Das passiert Da drüben haben wir noch ein Schiff Machen wir mal die Lichter an 10.000 Gut, 10.040 Jetzt geht er langsam wieder runter Geschwindigkeit in den magendafarbenen Bereich Und jetzt gehen wir runter Steigt er wieder leicht, aber der regelt es aus Leicht nach links weg Wir fliegen jetzt im Prinzip Flughafen direkt an Drehen dann rechts weg Fliegen so einen Teardrop In die In ILS rein Sind wir hier Ja, da sind wir schon Wie gesagt, Flughafen anfliegen Teardrop nennt man das Tränen tropfen Und sind dann hier auf dem ILS Und dann landen Müssen wir Flughafen Chaussee Ich vermute Ja, ich vermute richtig Das ist da vorne Direkt voraus Vor dem Hügel Am Meer dran Achso, hier Naja, hier sehen wir gar nicht den Symbol vom Flugzeug Na gut, dann ist es halt so Aber wie gesagt Hier kommen wir jetzt langsam rein Mal gucken, Q&H 10, 14, das passt noch Ja Jetzt sehen wir den Flughafen hier Ja Da müssen wir hin Mal nochmal runter Mit dem Zoom Ja Ja Und hier Jetzt sehen wir mal Ein schönes Beispiel Vom X-Plane Reingespielt Ich weiß nicht nach was Er das festmacht Da unten ist die Nimitz Der US-Flugzeugträger Wie gesagt Ich weiß nicht an was er das festmacht Aber den begegnet man ab und zu mal Hier kann man ja auch Kampfjets fliegen Ich habe bloß noch keinen Vernünftigen für VR gefunden Zumindest keinen Von der US-Navy Wer mich kennt Weiß das ja auch ein bisschen So Fable von mir Ah da drüben ist ja die Nimitz Wahnsinn Immer wieder faszinierend So wie gesagt Wir fliegen jetzt direkt hier drauf So Transition Altitude Barrow Reference Set Dann Crosschecked Also heißt Beide Seiten 10,14 Mal gucken Ob wir unseren Unser Höhe Ja Erreichen wir rechtzeitig Fast auch Zumindest laut Plan Da sind noch ein paar andere Schiffe Auch witzig Wie eine Formation Highlight heute Habe ich schon lange nicht mehr gesehen Die Nimitz Sieht von oben jetzt nicht so toll aus Aber glaubt mir Der hat eine Sehr gute Grafik Also Natürlich alles schon mal ausprobiert Aber noch nicht in VR Gut Vorne ist der Hafen von Rodos Ja jetzt seht ihr wieder Zoom mal rein Haben wir die Gebäude Zoom mal weg Haben wir sie noch nicht Ist halt so Muss man sich mit anfreunden Sind das eigentlich Kreuzfahrtschiffe Schau Schau Hör irgendwie so aus So Wir gehen dann langsam In Approach Modus Nämlich wieder hier Wo der magenta Farbene Kreis Mit dem Delta Drin ist Jetzt müssten wir gleich Nach rechts weg Wollen wir mal ein bisschen langsamer werden Dann Wollen wir mal ein bisschen langsamer Wir gehen jetzt mal manuell in Approach Mode Dann wird er langsamer Oh Ich hab was Falsches gesagt Wir fliegen gerade raus Und dann rechts Schleifen T-Trop in den ILS Wobei Nochmal Flaps 1 Gut wir sind tief genug Das Haut auf jeden Fall hin Hier soll man 2000 Fuß haben Hier werden wir sie erreichen Dann müssen wir reindrehen Das ist ein direkter Anflug Ich weiß nicht mal Ob man das im realen so macht Aber Ich hab's ja vorhin gesagt Ich werd's lernen demnächst Da hatten wir keine sogenannte Transition Hab ich jetzt weggelassen 2500 Da würde man nämlich Wahrscheinlich nicht so einfliegen So 2500 Heißt wir drehen jetzt rum Mal ein bisschen bremsen Normal müssten wir jetzt das Fahrwerk raushauen Das werden wir auch gleich machen 25 Wenn wir eingedreht sind So Ist auch dann so der Moment Wieder mit Flaps 2 So So Das war jetzt nicht so toll Was wir gemacht haben Das war jetzt nicht so toll Okay Kein Problem Kriegen wir trotzdem hin Auf Wiedersehen Untertitelung des ZDF, 2020 Steuern wir mal auf den Automarker zu Jetzt haben wir natürlich schon Höhe verloren Also das ist jetzt definitiv kein regelkonformer Anflug mehr Aber gut, passiert Ich habe den falschen Knopf gedrückt In einer doofen Phase, sage ich jetzt mal Aber gut, ich kann ja bei Hand fliegen Das geht ja auch immer So Fliegen wir halt mal ein bisschen über die Stadt So, drehen wir rein Langsam So, drehen wir rein? Ein bisschen zu niedrig. Ihr seht, wir sind auch oberhalb vom Gleitpfad. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir auf den Localizer kommen. Ja, wie gesagt, das war jetzt ein Fehler von mir. So, Localizer kommt, aber hier haben wir Sicht da auch, also alles halb so wild. Da vorne ist der Flughafen. So, Localizer. Höhe halten. Ja, kommt. So, Glideslop kommt runter. Ja, jetzt sehen wir auf das Peppi an der Landebahn links. Heißt, wir sind ein bisschen zu niedrig. Aber ja, wenn es 2-2 ist, 2-2-2-2-rot, dann passt alles. So, jetzt gehen wir runter. Jetzt passt's. Jetzt sind wir ein bisschen weg vom Localizer. Aber gut. So, ausflaeren. 50, 40, 30, 20, 30, 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 30. Ja, da hat er noch geklappt. Ja, da hat er noch geklappt. 3,000 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 34, 35, 35, 30, 30, 39, 30, 40, 35, minimizing. Two thousand remaining. Das war durchsuchen. Half rack надо durchsuchen. In vierter die 입宣. Unt salutesoiret ein. Die bin. So, da sind wir. Jo, hat geklappt. Die Bremsen sind natürlich wieder ein bisschen heiß. Wieder die linke, ja. Wie gesagt, weiß nicht an was das liegt. So, da sind wir. 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 Wie man sieht, hier ist auch der Taxiway nicht gerade. Das kannte ich bisher auch nur aus dem X-Plane. Microsoft und Preferred 3D haben wir das nicht hinbekommen. So, jetzt gucken wir mal. Hier war ich nämlich auch nur mal mit der Cessna. Das sind natürlich hier keine typisch griechischen Häuser. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Szenerie ist. War das Freeware? War das eine gekaufte? So. So. Mal ein bisschen langsamer. Ja. Ist ja ein kleiner Flughafen. Ist ja ein kleiner Flughafen. Dann parken wir mal hier. Zwo Bravo. Dann parken wir mal hier. Zwo Bravo. Kein Einweiser. Heißt, Sam funktioniert hier auch nicht. Aber gut. So. Parkbremse setzen. Lichter haben wir ausgemacht. APU Bleed. Mach mal an. Jo. Dann haben wir es soweit geschafft. Etika ist dabei. Wirken es an. Okay. Dann können wir die Triebwerke ausmachen. Jetzt wird er gleich wieder rummeckern wegen der heißen Bremsen. Soll das Problem aber nicht sein. Ground Handling. Unser Einstellungsmenü. Beacon kann man ausmachen. Dann die Treppen holen. Gepäck ausladen. Das übliche. APU. Bus brauchen wir hier glaube ich gar nicht. Weil die Passagiere laufen dann da rein. Also können wir das weglassen. Sagen Drive Up. Öffnen die Cargo Doors. Warten noch kurz bis wir die Türen öffnen. Gepäckchen. Jep. Oh. Strobe. Natürlich aus. Mit einem kleinen Fehler gemacht. Macht ja nichts. So. Jo. Dann haben wir es. Das hier ist Rodos. Das hier ist Rodos. Wie gesagt. Und können wir hier. Können wir hier aufmachen. loslegen. Jo. Und dann die Seed Belt Sides aus. Und dann sehen wir uns heute abends beim Rückflug.